In diesem Video zeige ich dir, wie man auf Tinder seinen Dunkelmodus aktivieren kann. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst gehen wir in unsere Tinder App rein und nachdem wir darauf geklickt haben, siehst du hier ganz normal deine Hauptseite, wo man nach links und rechts swipen kann. Dann gehst du einmal unten rechts auf dein Profil und dann eben oben rechts auf das Zahnrad. Dann scrollen wir relativ weit runter, nicht ganz bis unten, aber du siehst dann gleich den Reiter, wo man das einstellen kann und zwar hier bei Dunkelmodus. Entweder du kannst den Hellermodus aktivieren, wie du jetzt sehen kannst, da hat sich alles verändert, oder wir klicken eben auf Dunkelmodus. Und nachdem du darauf geklickt hast, siehst du sofort die Veränderung und dann klickst du eben auf Fertig und dann hat sich die Sache auch schon für dich erledigt. Und so einfach und so simpel kannst du eben den Dunkelmodus aktivieren, beziehungsweise den Helligkeitsmodus, wie du es eben möchtest. In der Endcard habe ich dir noch einen Megatipp dazu verlinkt, schaust dir auf alle Fälle an und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.